Steinzeitmenschen in Litauen. Jagen, Pflanzen, Ernten und schon gibt es den Prototypen von Litauen. Die Slaven waren hier auch vertreten und die Kervarus konsolierten Litauen dann mit Rurikiden. Mindaugas hat furchtbare Angst vor dem deutschen Orden, wurde dann König von Litauen und kämpfte mit anderen Völkern gegen den Orden und starb. Gediminas sah den geschwächten Osten und schluck zu. Litauen ist nun eine europäische Großmacht geworden, der deutsche Orden helft aber immer noch. Polen und Litauen sind sich ganz neu und gründen mehrere Unionen. Vytautas will die ganze Russ einnehmen, schafft es aber nicht komplett, da die russischen Fürstentümer Widerstand leisten. Wenigstens wurde der deutsche Orden besiegt. Polen und Litauen verbinden sich zu Polen-Litauen. Die deutschen Kriege und die Kriege mit Russland waren nicht so geil. Russland, Preußen und Österreich-Ungarn gefällt Polen-Litauen gar nicht, weswegen sie es gemeinsam zerlegen. Keine Angst, es kommt schon wieder, in über 100 Jahren. Es ist außerdem nur noch Litauen und wieder sehr klein. Und oh, wir müssen das Memelland abtreten. Naja, wenn das nur das ist, fuck. Litauen gehört wieder zu Russland, wird dann von den Deutschen überrollt, wird dann wieder von den Russen überrollt. Nach knapp 45 Jahren singen die Litauer, um befreit zu werden. Jetzt sind sie ein kleines europäisches Land, was nur wenige kennen. Untertitelung des ZDF, 2020 zombiert, ihrрузztes, in der Ruhe-Marsch, aus den Russen überrollt. Jetzt sind sie ein kleines europäisches Land, los und die Schlüsse. Dann sind sie ein kleines europäisches Land, um préfere, unter den Russen überrollt. Vielen Dank.